Ja, herzlich willkommen hier auf unserer Robomäer Community Seite. Mein Name ist Michael Häusler und im folgenden Video zeige ich Ihnen, was wir hier zu bieten haben, welche Möglichkeiten Sie auf unserer Seite haben. Ja, ich wünsche Ihnen einfach viel Spaß. Hier Michael Häusler. Hier eine kleine Präsentation der unterschiedlichen automatischen Rasenmäher und dem Ergebnis bei deren Anwendung. Den Beginn macht der größte Automauer vom Typ 265 ACX, hier beim Mähen des Sportplatzes in Niederhofen. Durch den Einsatz des Automauers fällt hier ein beträchtlicher Zeitaufwand für den Sportverein weg. Es folgt der Automauer 230 ACX. Auch hier sieht man, durch den Einsatz des Rasenroboters ist eine tolle Rasenfläche entstanden. Der nächste Ausschnitt zeigt den Automauer 220 AC bei der Arbeit. Auch hier hat der Automauer ganze Arbeit verrichtet und einen hervorragenden Rasenteppich hinterlassen. Nun zum kleinsten Mitglied der Automauer-Familie, dem Automauer 305 C. Hier beim Mähen einer kleinen Steigung. Auch dies ist für den Rasenroboter kein Problem und auch beim kleinsten Automauer das gleiche Ergebnis. Ein perfekter Rasen. Profitieren auch Sie in Zukunft von Ihrem automatischen Rasenmäher. Sie erhalten neben einer tollen Rasenfläche gleichzeitig jede Menge Freizeit. Denn Ihr neuer Automauer übernimmt die Pflege Ihres Rasens vollautomatisch. Fahrten Sie einfach links oben über den Link Prospekt und Sonderangebot Ihre Unterlagen an. Ihr Michael Häusler Die Pflege Vielen Dank.